So Auf der Jagd nach dem Hexer Ja stur pur irgendwas So man könnte nach links Also geradeaus gehen und das tun wir auch Ich weiß nicht ob ich den Hexer heute schon besiegen kann Die ziehen sich manchmal hin die Kämpfe hier So die ist voll aufgeladen Eine ganze Welt wird ihre Spezies gerettet sein Eine ganze Welt und ihre Bewohner Wird in meine Hände gelegt Und mir ausgeliefert Denkst du? Das kann doch ein Geschütz machen Es ist Zeit zu töten Komm her Niemand entgeht mir So Muss das mal da dran sein Die Ältesten dürfen nicht scheitern Wenn überhaupt jemand von uns überleben soll Die Menschheit verzögert ihre eigene Rettung Unterwerfen sie sich mir Bevor der wahre Feind erscheint Ja und der wahre Feind Was ist mit dem der wahre Feind Oh nix Meine Sinne sind geschärft Ich glaube das soll ja heißen oder Jawohl Ich bin aber schon fast vor der nächsten Tür Wie lange muss ich ihre Entweihungen noch ertragen Wenn sie Frieden suchen Sollen sie ihn bekommen Treten sie vor XCOM Und ergeben sie sich meinen Händen Ich schenke ihnen ewigem Schlaf Ist nett von ihnen Affirmativ Ich werde wachsam bleiben Shhh Me ha parecido oir algo Und trotzdem widersetzt ihr euch uns Uns Die diese Welt seit Jahren zusammengehalten haben Wenn die Ältesten eure Spezies nicht bräuchten Hätte ich sie schon lange ausgelöscht Ba bumm Gut 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 Hey Sofort kill Was gibt's Diese Einheit ist ziemlich beweglich Ich glaube wir kommen jetzt vor ein Leben da an Das ist ganz gut Gleich muss ich die Fäuste nehmen Oh nein Gleich muss er die Fäuste nehmen Oh Oh Jetzt klont er sie auch noch Spüre die Macht der Templer Ja ich weiß Energie Signatur direkt voraus Das scheint eine Art Transportgerät der Aliens zu sein Verstanden Sieht so aus als hätten wir unseren Weg hier rausgefunden So du gehst da hin Es sind eigentlich noch zu viele Codexer und so übrig Alter schießt da noch daneben Hey Ich würde die Brühe Aber trotzdem noch getroffen Gott sei Dank Ich bin in Bewegung Oh Bleibt noch einer noch Er wagt ja erst da Schaden zu machen Nur heute gibt es Hoffnung Eure heutigen Taten zwingen die Ältesten zum Handeln Sie können nicht länger geduldig sein Und schon bald wird diese Welt mir gehören Schön Sieht mir cool aus So Jetzt sind wir hier Ich muss ja wohl zustimmen Das macht Sinn Das heißt wir haben jetzt das Aufstiegscore gefunden Zumindest die Kamera Alter woher denn der denn hin So zu Ben Sind noch nicht alle da Ich glaube es sind noch Gegner da So zack So alle die es nicht schaffen Hier hinzukommen Sind dann verloren Und kehren Vielleicht irgendwann mal wieder So Und aktivieren Warnung Nur Einheiten die sich auf der Aufstiegsplattform befinden Passieren das Tor Zurückgelassen Einheiten kehren auf die Avenger zurück Außer die werden nicht verlust Omega Mach den Hexer platt Wir glauben an euch Alpha hat es ja auch geschafft Die sind gerade durch Schock durchgegangen Wir sind jetzt in der Höhle des Löwen Leute Vorsichtig vorrücken Oh nein Die Höhle des Löwen Was ist das? So eine Art Stasis Kammer für Auserwählte? Da wundert es mich nicht Dass sie trotz allem Was wir auf sie abfeuern Immer wieder zurückkommen Ja das kennen wir schon Sehr gut Kleine Menschlein Kommt nur Ihr werdet wie Motten Von der Flamme Meines Genies Verzehrt werden Sehr interessant Gerade Dieser Punkt da oben Toll Das ist doch super geeignet Für hier Ja Für Nee Reißen wir noch nicht Machen wir mal so Jetzt darfst du reißen Aber bitte in die andere Richtung Ah es töte ihn direkt Sehr schön Cobra Geh doch mal nach oben Achso Hey Ich kann nicht nehmen sammeln Nein Kein Tschüss Du Tut sieht Kuschär Sehr schön Sehr gut Gut Hey das hatte doch was Ich schicke Die beiden Die bleiben oben Margrave Und die drei gehen nach vorne Ich sehe euch nicht rennen Das Spiel hat gerade resettet Ohne was zu tun Ich gehörche Vorerst Oh je Wenn ihr nur die Wahrheit kanntet Die Macht In meinen Händen Ihr Würdet vor mir Auf die Knie gehen Schade Dann Lasst uns beginnen Ich glaube das böse Also gut Wir haben uns diesen Dingen schon einmal gestellt Und wir können es wieder schaffen Was auch immer passiert Nur eine Seite wird überleben Zumindest sagt das Menschlein die Wahrheit Dann schießen wir mal ne Oh die Chance ist glaube ich hoch Dass es so schon stirbt Hör du die Maschine tötet dich fast Natürlich bleibt der letzte Kill für sie Das ist doch sonnenklar Deswegen schicke ich die mal vor Ähm Schieß mal auf sie Äh auf ihn Jetzt hat er keine Deckung mehr Sehr gut Diese Waffe ist nicht Für eure Abgeeignet Oh sonn Glück Ey Eine Bonusaktion Nach dem anderen Ey Das kann nicht wahr sein Euch wird keine Gnade erwarten Naja Nicht entladen bitte Das wäre ja zu schmerzvoll Machen wir den hier Ziehen schon So ich weiß Jetzt kommt jetzt Das bekannte Kampf erst recht Doktor Das Gerät scheint eine Art Psi Kondensator zu sein Der unglaubliche Mengen von Psi Energie direkt auf den Außerwelten überträgt und ihn heilt Kein Wunder dass diese Dinger nicht sterben Muss man nämlich jetzt Schaden verursachen Vorher nehmen wir nochmal ein bisschen mit So Ich habe etwas neu So Wir kennen es ja Schnellheilung im Gange Es kann da sein Das kann da sein Dass er es nicht Rechtzeitig schafft So Mach mal Platz für den anderen Dann kannst du auch mit drauf schießen Je eher der tot ist Desto weniger haben wir nachher zu tun So Das Ding ist echt gut beschädigt Es soll ja nicht langweilig werden Oh nett Oh nett Ich habe doch mal was Warte mal Wir können mal eben Du musst gut schaden Mach mal da weiter So Reißen Ja Rupto lohnt sich ja schon fast gar nicht Klatsch Margrave Schlag den doch in die Fresse Ich habe eine bessere Idee Übersteuere mal So Und dann sehen wir beim nächsten Mal Was wir machen Und dann sehen wir beim nächsten Mal